Ich dachte schon, du hast irgendwas geiles gefunden, so wie so ein Bär, du so, oh! Ich war halt nur so überrascht, dass da plötzlich ein paar Hirsche sind, obwohl da nichts angezeigt wurde. Ja, das ist echt krass, ey. Nein, aber ich will schießen. Tu so, als ob du schießt. Okay, Pio, fast gehabt. Pio, mein Gott. Pio, Alter, der steht immer noch. Pio, verdammt. Pio, ich muss nachladen. So, ich kann wieder. Ja. Versuch diesmal am besten, aber auch auf den Kopf zu schießen und nicht auf den Hals. Ja, mach ich. Bist du jetzt da? Digga, du bist ja... Weiß nicht, bin ich da? Na, du bist immer noch in der selben Position wie vor zwei Minuten, Alter. Ja, ich schleiche, hallo! Ich kann... Ja, frighten ihn dann. Also... Wie groß ist das, Leute? Wieso hat das jetzt 41.000 Damage gemacht und das davor nur, keine Ahnung, 27 oder so. Hä? Obwohl ich fast exakt dasselbe benutzt habe. Entschuldigung. Keine Sorge, das wird schon. Und er hoffte, ja man. Ich taugle halt noch ein Leckerli und dann geht's weiter. Nein! Ich dachte immer noch, ich bin Team Rot. Ich vollidiot. Ja, my bad. Österreich. Mal gucken, musst du den Keck fragen. Ja, deine Meinung einfach generell dazu. Einfach nur so ein Ding, so reingeworfen. So, weißt du, so wie Power... Ne, wie heißt das? Was man immer auch malen musste. Man hat so einen Oberbegriff und dann immer diese kleinen Unterbegriffe. Mindmap. Ja! Mindmap. So nämlich. Ich stell mir gerade so ein Team-Building mit Mipu vor. Ey, jetzt für den übelsten Vortrag. Ja, wir machen jetzt dieses... Wie heißt das nochmal, Arnie? Dann warst du in der Menge so... Mindmap. Ja, Mindmap! Das Setting wollte ich haben! So motiviert müsst ihr alle sein! Spaß. Es wird einfach schon wieder zu spät. Ich merke es schon, ey. Oh, ja, wir können mal machen. Digga, das sind halt die Gespräche um 0 Uhr, Alter. Gott sei Dank spielen wir mal die Ellenringe, ey. Ey, Jungs, hat doch noch von euch einen Döner dabei? Nein! Ich hab Hunger! Der mexikanische Döner hatte so einen mexikanischen Döner, kaum was hat er dran. Ich glaube, du trottierst und so ein Scheiß, weißt du? Oh. Ich geh deine Taschen durchsuchen, bye! Ich bin Cap Niglo! Also, ich find's schön, dass ich das hier alles in 3D sehen kann. Oh. Gut. Hm, okay. Er hat sich da kurz hingesetzt. Was ist das hier? Speiseaufzug? Speiseaufzug braucht keinen Schwein. Was hast du dann? Nochmal, ja. Natürlich, klar. Stell den einfach mal so dämlich in der Gegend rum. Vor allen Dingen, wie ich stolz einfach auf sich habe. Hab ich da hingestellt. Oh, warte, warte. Nimm den, nimm den. Nimm den, nimm den. Was denn? Die Eiscreme? Liefert, liefert Eiscreme. Bruh, das heißt nur, dass du so dieselbe Maschine hier nochmal hast, ne? Der, der macht das nicht. Ist kein Roboter, der automatisch das scheiß Eis delivert, ey. Warte, ich rerolle hier nochmal. Hier gibt's keine normale Schwierigkeit. Randa jetzt, Junge. Das machen wir auch noch. Ja, okay. Wir waren so kurz davor, ja? Digga, es war zum Greifen nach. Der erste Sack war schon drin und dann... Ja okay, wie schon? Ilse aus Mipus Hochzeitsner. Der hat gesagt, der war schon drin, ey. cool auf vorne wird noch Ich denke mal, Space ist noch nicht fertig. Nee, nee, nee. Geil. Nein, nein. Warum nicht? Ich komm schon. Au. Ja, oh mein Gott. Mifu. Boah, ja. So ein Hund, Digga. Komm mit seinem Karate. Oh, sie kann springen, cool. Wäre cool, wenn sie das so, sie hat nur einen Schuss, aber der macht drunter. Wir machen das ja auch, glaub ich, zehn Podingans, ne? Ja, das war aber ganz am Anfang. Bro, da hast du jeden abfucken können, ganz am Anfang mit der Runde. Warte, ich kann nicht mehr in der Probezeit schießen. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist abfuckt. Ich kann nicht mehr in der Probezeit schießen, Digga. Bist du mein Bund, oder was? Ja, aber hä? Wo ist die Logik, dass ich damit die Scheiß jetzt nicht abschießen kann? Im Wau... Links? Links. Links. Bin dann. Ja, okay. Digga, du bist tot! Halt's Maul! Die schreit erst mal nur vier Jahre. Ich bin tot. Die schreit immer noch! Oh, oh, oh! Komm her! Komm her! Hey, Usventi, guck mal meine... Hast du mich grad gehauen? Bro! Also das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber... Ich meine, ich bin nicht gonna lie. Ich nehme es. Ich nehme es. Hm. Ich probier nochmal was. Ah! Ah. Absolut die Ruhe in Person. Das wäre normalerweise so eine Situation, da würde jeder andere paniken, aber nicht mit mir. Das lässt mich komplett kalt. Hm.